Wahrscheinlich war die Sache für dich mit den Adjektiven in Latein ein klarer Fall. Dir war klar, du hast Bonus, Bona, Bonum, die gehen nach der O und der A-Deklination, sind ganz einfach zu deklinieren, je nachdem, ob sie männlich oder weiblich sind. Und jetzt hast du plötzlich die zweiendigen und dreiendigen Adjektive. Was, bitteschön, ist das? Was bedeutet zweiendig oder dreiendig? Darum geht's in diesem Video. Unser Beispiel für ein zweiendiges Adjektiv ist hier Fakilis. Fakilis kommt von Fakere und Fakere heißt ja tun oder machen. Und Fakilis heißt dann machbar, frei übersetzt leicht oder einfach. Warum ist nun Fakilis ein sogenanntes zweiendiges Adjektiv? Fakilis hat im Nominativ in seiner Grundform zwei Endungen. Und zwar ist und e. Also im Maskulinum und im Femininum, also im männlichen und im weiblichen Geschlecht hat es die Endung ist und im Neutrum hat es aber die Endung e. Hier einige Beispiele. Haben wir zum Beispiel ein männliches Bezugswort, wie zum Beispiel Dolus. Dolus ist die List oder die Täuschung. Dann haben wir Dolus Fakilis, eine leichte Täuschung. Haben wir ein weibliches Bezugswort, wie Res, die Sache, dann ist es auch Res Fakilis, die leichte Sache. Wenn wir aber ein Bezugswort haben, das im Neutrum steht, dann brauchen wir ein e in der Endung. Zum Beispiel Iter, Iter ist der Marsch oder der Weg oder die Reise. Iter Fakile, ein leichter Marsch, ein machbarer Weg, ein leichter Weg. Oder Monus, Monus ist die Aufgabe. Monus Fakile, eine leichte Aufgabe. Und hier ein Tipp, du merkst schon, wie sehr ich das betone. Fakile, diese Neutrumform, dieses Neutrum e, haben viele Lateinlerner gar nicht auf dem Schirm und sie wundern sich dann, warum plötzlich aus Fakilis ein Fakile geworden ist. Achte deshalb ganz besonders auf dieses e. Dieses Adjektiv hat also zwei Endungen. Einmal die Endung ist und zum Zweiten die Endung e. Deshalb ist es ein zweiendiges Adjektiv. Diese zweiendigen und dreiendigen Adjektive haben eine besondere Deklination. Diese Adjektive gehen im Grunde nach der dritten Deklination. Und sie haben dann im Genitiv ein Is, da habe ich noch ein S vergessen. In jedem Geschlecht haben sie dann die Endung Is, also wie bei Senator und Senatoris. Im Dativ haben sie alle ein I, auch wie bei Senator oder Rex oder Dux. Im Akkusativ haben sie ein M. Nur im Neutrum haben wir wieder das Prinzip, dass Akkusativ und Nominativ immer gleich sind. Deshalb ist Fakile auch im Akkusativ Fakile. Und jetzt kommen wir zum Applativ. Hier bitte gut aufpassen. Wenn du die dritte Deklination gut kannst, also Senator oder Konsul, dann weißt du, dass die dritte Deklination im Applativ den Buchstaben e hat. Ja? Also von Senator dann Senatore. Bei den Adjektiven aber haben wir in dieser Deklination kein E, sondern ein I. Das ist der große Unterschied der Deklination der Adjektive zur dritten Deklination der Substantive. Und das ist auch ein Punkt, den viele Lateinlerner gar nicht auf dem Schirm haben. Und ich weiß, dass aus der Praxis, dass dann Schüler in einer Klausur zum Beispiel ein Wort haben oder einen Ausdruck haben wie Re-Fakili oder Dolo-Fakili. Und dann denken Schüler, dass zum Beispiel Re-Applativ ist und Fakili aber Dativ. Und erst dann, wenn die Latein-Schüler genau wissen, ach, es kann ja auch Applativ sein, also Fakili. Dann denken sie, ach, das ist ja ein klarer Fall. Gut, Fakili ist Applativ und Re ist Applativ. Dann haben wir eine KNG-Kongruenz. Dann wird die KNG-Kongruenz leichter und schneller erkannt. Und dann weiß man, wie man das übersetzt. Andernfalls grübeln Lateiner dann beim Übersetzen, warum sie hier plötzlich ein I haben und das andere Wort im Applativ steht. Merkt ihr also dieses I im Applativ? Und der Applativ ist dann ja hier bei den Adjektiven genauso wie der Dativ. Im Plural haben wir überall fast die gleichen Endungen wie bei der normalen dritten Deklination. Also hier ES im Genitiv Plural IUM. Gut, beim Neutrum haben wir dann Fakili ja, ja, mit einem IA am Ende. Im Dativ und im Applativ Plural IBUS. Im Akkusativ die bekannten ES-Endungen. Und auch hier im Plural gilt für Neutrum, Akkusativ, dass der Akkusativ genauso ist wie der Nominativ. Jetzt habe ich am Anfang des Videos von zweiendigen und dreiendigen Adjektiven gesprochen. Hier kommt nun noch ein Beispiel zu dreiendigen Adjektiven. Unser Beispielwort für ein dreiendiges Adjektiv ist KELER. KELER bedeutet schnell. MILES. KELER ist dann ein schneller Soldat. Und hier haben wir für jedes Geschlecht eine Form. Also für jedes Geschlecht haben wir eine Endung. Bei drei Geschlechtern haben wir drei Endungen. Deshalb ein dreiendiges Adjektiv. Also MILES KELER ist dann ein schneller Soldat. Oder IKUS KELER ein schnelles Pferd. Für diese Form, für die feminine Form, brauchen wir jetzt ein feminines Substantiv. Was fällt mir da ein? Ja, nehmen wir die, nehmen wir die PUELA, das Mädchen. PUELA KELERIS ist dann das schnelle Mädchen. Oder MULIER, die Frau. MULIER KELERIS, die schnelle Frau. Im Neutrum haben wir ein IKELERÄ. BELLUM KELERÄ ist dann der schnelle Krieg. Also BELLUM ist Neutrum. Deshalb muss bei BELLUM diese Neutrum-Form stehen. Ab dem Genitiv haben dann aber alle die gleiche Endung IS und dieses Adjektiv wird dann genauso dekliniert wie FAKILIS. Und hat genauso wie FAKILIS und andere Adjektive dieser Deklination im Applativ ein I. Hast du dazu noch Fragen? Dann schreib sie in die Kommentare und ich freue mich, dich bei einem anderen Video wiederzusehen. Bis bald!